Es war einmal ein Königreich voller Blumen und Segenbögen, doch es gab von dort auch einen Weg, der zu einem anderen Ork führte. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für das WDR. Eines Tages war es dem absoluten Bösen zu viel und es beschloss etwas Neues, etwas Ungeheuerliches zu tun. Das ist ein Geheuerliches Geheuerliches zu tun. Untertitelung des ZDF, 2020